Willkommen liebe Freunde zur Ausgabe Nummer 1 von Franks Modellwarnwelt. Zuerst möchte ich mal ein ganz großes Dankeschön loswerden. Und zwar an alle, die sich zu unserer Pilotsendung mit zahlreichen Kommentaren, Mails und auch per Telefon geäußert haben, um ihre Meinung, aber auch Vorschläge zu den weiteren Sendungen an den Mann zu bringen. Vielen herzlichen Dank an Sie da draußen an den Bildschirm. So, und jetzt möchte ich Ihnen die heutigen Senderubriken vorstellen. Jetzt habe ich auch ein bisschen Herzklopfen, denn heute eröffne ich unseren Modellwarnstammtisch ganz offiziell und mein erster Gesprächspartner wird Sebastian Fischer sein. Kleine Erinnerungshilfe, Fischermodell Gützold Kress. Mein zweites Thema ist eine Kurzvorstellung in Nenngröße H0 aus dem Hause Pico. Hier ist sie bereits zu sehen und dreht schon fleißig ihre Runden. Es ist die E-Lok Baureihe 181.2 der Deutschen Bundesbahn in Epoche 4 Loreen, die jetzt in den Fachhandel ausgeliefert wird. Ja, und dann habe ich noch eine Buchvorstellung des Eisenbahnkurier für Sie vorbereitet. Eigentlich sind es ja zwei Bücher oder Bände. Es geht um die legendäre E-Lok der Baureihe 120. Vor längerer Zeit habe ich ja mal einen Film gemacht über Reinhard Gorn und seiner Modellwarn mit dem Titel Immer an der Wand lang. Wer den Film noch nicht kennt, sollte ihn sich unbedingt zu Gemüte führen. Zu sehen ist auf unserem YouTube-Kanal von X-Train24. Also heute eine kleine Fortsetzung der Geschichte. Was gibt's Neues bei Reinhard Gorn und seiner Modellbahn? Tja, und als letztes Thema habe ich noch mal mir vorgenommen, zur Zuschauerpost zu greifen. Und damit komme ich dann noch mal zu Ihnen, liebe Freunde. Jetzt aber genug der Vorrede und mein erster Gesprächskast. Sebastian Fischer sitzt bereits am virtuellen Stammtisch. Ja, da ist er. Anders geht es momentan nicht und er kann mich jetzt auch hoffentlich sehen und hören. Das ist so. Dankeschön. Hallo. Schön, dass du auch dir die Zeit genommen hast. Und gleich vorneweg, wir feiern Premiere, denn du bist der erste Firmenchef aus der Modellbahnbranche, der an meinem virtuellen Stammtisch Platz genommen hat. Ich finde es klasse und fangen wir doch gleich mal mit den Fragen an, die die Modellbahner draußen brennend interessieren. Deshalb kommen wir auch am Thema Corona bei dir nicht vorbei. Das beschäftigt die Branche schon sehr. Wie ist die Situation derzeit bei euch? Durchwachsen. Also es ist einerseits so, dass wir aus verschiedensten Gründen sowohl bei Gützold als auch bei Kress die Nachfrage nicht bedienen können. Also es ist einerseits so, dass wir, wie sicherlich auch der ein oder andere schon mitbekommen hat, gerade im letzten Jahr relativ ausgebremst wurden, was gerade das Thema oder die Marke Gützold angeht mit der Fertigungsumstellung, mit der Verlagerung, mit einem Umzug. Das sind natürlich auf der einen Seite Produktionseinschränkungen, mit denen wir zu kämpfen haben, immer noch haben und auf der anderen Seite auch mit einer erhöhten Nachfrage glücklicherweise konfrontiert sind. Was in Summe aber dazu führt, dass wir ja lange nicht alle Kunden glücklich machen können, so wie wir es gerne wollen würden. Das ist ja eigentlich derselbe Tenor, der sich überall durchzieht, was wir ja auch schon bei der Pilotsendung von Horst Neidhardt und Wieland Fiesmann erfahren haben. Es ist ja für die Industrie sehr schön, dass die Nachfrage gestiegen ist und auch bedingt durch viele Neu- und Quereinsteiger, die das Hobbymodell waren, für sich entdeckt haben. Genau darauf führe ich das eigentlich auch zurück. Alle sind irgendwie an das Zuhause gebunden, an das Umfeld und überlegen sich jetzt oder besinnen sich wieder oder auch neu auf die Dinge, die man zu Hause machen kann, auf die schönen Dinge, die man zu Hause machen kann, vielleicht an Dinge, die sie in ihrer Kindheit gemacht haben, wo sie immer gesagt haben, ja, wenn ich mal wieder Zeit habe, dann fange ich damit mal wieder an. Und ja, jetzt ist sozusagen der Moment gekommen, jetzt ist Zeit gerade eigentlich keine Mangelware, weil man eher, ja... Ihr seid ja schon immer sehr selbstbewusst mit dem Slogan Made in Germany aufgetreten. Damit seid ihr ja nicht unmittelbar betroffen von den gegenwärtigen Problemen, die andere Hersteller haben, die ihre Materialien aus Fernost beziehen und schwer darum kämpfen müssen, ihre Modelle oder Produkte nach Deutschland zu bekommen. Ihr produziert ja in Deutschland und habt euch damit eine ziemlich störungsfreie Produktion aufgebaut. Richtig, genau. Wir haben hier am Standort in Frau Reuth, da sitze ich jetzt auch gerade sozusagen bei der Firma Kress. Hier bauen wir jetzt auch gerade den Standort aus, sodass dann auch zukünftig hier die Modelle der Marken Gützold und Fischer Modell auch mit produziert werden. Den Standort bauen wir gerade aus und haben hier am Standort eine hohe Fertigungstiefe. Also wir haben hier am Standort sowohl den Werkzeugbau, also hier werden Aluminium-Spritzgusswerkzeuge gebaut, aber auch Stahl-Spritzgusswerkzeuge. Hier werden die Bauteile abgespritzt, also die Kunststoffteile werden hier hergestellt. Dann erfolgt hier auch die Weiterverarbeitung, also wir haben hier die Lackierung, den Tampondruck und natürlich die Montage und die Elektronikfertigung. Also die Modellbahn heutzutage besteht ja auch immer mehr aus hochintegrierter Elektronik, sei es die Decoder, LEDs, Beleuchtung, Lautsprecher, sowas alles kommt dann noch mit da rein. Das wird alles hier in Frau Reuth gefertigt und dann hier zusammengebaut. Wir haben also sehr, sehr kurze Lieferwege. Eine Kernkomponente, die wir zukaufen müssen, sind die Motoren. Die sind uns im letzten Jahr mal klassisch auf die Füße gefallen, wie bei Gütz halt auch so das ein oder andere, was zu Lieferverzögerungen geführt hat. Aber die Motoren kommen aus Asien, daraus kann man nun auch kein Geheimnis machen. Man kann diese standardisierte Komponente nicht zum vertretbaren Preis hier in Deutschland fertigen, weil das doch noch ein relativ händischer Prozess ist. Natürlich die Modellbahnfertigung als solche auch. Und dann kam aber im vergangenen Jahr die Hiobsbotschaft, der Standort Zwickau mit Gütz halt muss schließen. Wie geht es denn nun weiter mit Gütz halt? Ja, eigentlich wollten wir der Marke wieder unter die Arme greifen, wieder frisch im Wind sozusagen da reinbringen und gleich am Anfang auch ein Zeichen setzen, dass wir langfristig denken. Also dass wir nicht sagen, wir wollen jetzt mal schnell aus der Marke irgendwie das schnelle Geld rausdrücken, sondern wir wollen den Kunden klar machen, dass die langfristige Verfügbarkeit aller Ersatzteile uns eigentlich sehr am Herzen liegt. Und deswegen haben wir das gesamte Ersatzteillager vernünftig inventarisiert. Das ist ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Aber wer bei uns auf die Internetseite guckt, der wird feststellen, das Ersatzteillager, das hat sich sehr, sehr gefüllt. Und wenn es mal irgendwo hakt, ist auch eine Anfrage per Mail möglich. Und wir versuchen wirklich den Ersatzteilservice da auch mit vorne anzustellen, damit Kunden, die Modelle aus der langen Vergangenheit, aus der langen Geschichte von Gütz halt haben, dass die wirklich fahrfähige Modelle haben und auch wirklich Ersatzteile bekommen. Das war uns als Gütz halt wichtig und Fischer Modell. Und das ist uns natürlich jetzt auch ganz besonders wichtig bei der Firma Kress. Und das ist das, was wir sicherstellen können mit Fertigung in Deutschland, dass alle, die bei uns ein Modell kaufen, auch noch in 10, 20, 30 Jahren irgendwie an Teile oder zumindest an Komponenten kommen, dass sie ihr Modell fahrfähig halten können. Ja, die Botschaft hören wir wohl und wird wahrscheinlich bei manchen runtergehen wie Öl bei vielen Modellbahnen da draußen. Es ist ja in diesen unsicheren Zeiten nicht ganz selbstverständlich, denn man hört ja sehr oft, dieser Laden macht dicht, da droht irgendwo eine Insolvenz und so weiter. Es wird euch ja auch, glaube ich, niemand übel nehmen, dass es aufgrund der gravierenden Änderungen bei euch die Neuheiten für dieses Jahr auf der Strecke bleiben. Aber wichtig ist es, dass es weiterhin Modelle oder auch Ersatzteile von euch ohne Einschränkungen in diesem Jahr geben wird. Das betrifft auch die längeren Lieferfristen von Modellen. Diese Botschaft ist, glaube ich, bei allen angekommen. Liebe Freunde, war mein erster Stammtisch mit Sebastian Fischer, dem Geschäftsführer von Fischermodell Gützold und Kress. Lieber Sebastian, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, zwischen Rundgang am neuen Firmensitz und Baustellenbesichtigung meine Fragen zu beantworten. Vielen Dank und alles Gute für dieses Jahr und vor allen Dingen das Wichtigste, bleibt mir alle schön gesund. Ja, ganz vielen Dank von meiner Seite. Ja, es tut eigentlich richtig gut, dass für unser Hobbymodell waren positive Signale aus der Industrie kommen. Auch wenn es hier und da ein bisschen holpert, aber im Großen und Ganzen, wie eben mit Sebastian Fischer, gibt es die gleiche Einschätzung wie von Faller und auch von Fiesmann vernommen. Und jetzt, liebe Freunde, zum zweiten Thema, zur Kurzvorstellung von der PIKO-Neuheit 2021, die E-Log Baureihe 181.2 der Deutschen Bundesbahn in Epoche 4 Lorraine, die jetzt in den Fachhandel ausgeliefert wird. Und wir stellen Ihnen das Topmodell vor mit Sound. Die Deutsche Bundesbahn Baureihe 181 ist eine Zwei-System-E-Log, die von der Deutschen Bundesbahn ab 1966 speziell für den grenzüberschreitenden Verkehr nach Frankreich und Luxemburg beschafft wurde. Wegen ihres Einsatzgebietes wurden vier Lokomotiven auf den Namen der befahrenen Regionen getauft. 181.211 Lorraine, 181.212 Luxemburg, 181.213 Saar und 181.214 auf Mosel. Nach umfangreichen Test- und Versuchsfahrten wurden die vier Zwei-System-Lokomotiven 1966 in den Planbetrieb aufgenommen. Die PIKO-Neuheit 2021, das Modell der Elektro-Lokomotive der 181.211-4 Lorraine der Deutschen Bundesbahn Epoche 4, kommt in Ausführung der nach ihrem Einsatzgebiet Lorraine getauften Lok aus der von 1974 bis 1975 an die DB ausgelieferte Baureihe 181.2 in der Farbgebung Ozeanblau Elfenbein. Die Highlight des PIKO-Modells in Stichpunkten zusammengefasst. Das Lokmodell, was wir heute vorstellen, ist für das Zweileiter-Gleichstromsystem DC mit Digitalschnittstelle nach NEM 658, Plax 22 und eingebauten Digital-Decoder Plax 22 nach NEM 658 sowie umfangreichen Geräuschfunktionen. Angetrieben wird das Modell mit einem 5-poligen Motor mit zwei Spunkmassen. Der Antrieb erfolgt auf alle vier Achsen. Zwei Haftreifen und der schwere Zinkdruckgussrahmen sorgen für ausreichend Zugkräfte. Der Lichtwechsel weiß-rot mit LED-Beleuchtung erfolgt fahrtrichtungsabhängig. Zusätzlich mit Plax 22-Decoder, digital schaltbare Führerstands- und Maschinenraumbeleuchtung sowie fahrtrichtungsabhängig funktionierende Schlusslichter. Die Kupplungsaufnahme nach NEM 362 und Kurzkupplungskulisse. Länge über Puffer 206 mm, Mindest-Radius 358 mm. Feinste Lackierung und Bedruckung, erhabene Namensschilder auf den Seiten, extra angesetzte Frontgriffe und Türgriffstangen, scharf gravierte Drehgestellblenden, feine Isolatoren und Stromabnehmer mit unterschiedlichen Schleifstücken sorgen für einen ausgezeichneten Gesamteindruck. Angeboten wird diese Lok in AC und DC in folgender Ausführung. Mit der Artikelnummer 51-352 DC analog. Mit der Artikelnummer 51-353 Ausführung in DC digital und Sound. Und mit der Artikelnummer 51-354 in der Ausführung AC digital und Sound. Das war unsere Kurzvorstellung der A-Lok Baureihe 181.2 der Deutschen Bundesbahn Epoche 4 Lorraine aus dem Hause Pico. Diese Lok ist natürlich auch bei Xtremen24 vorrätig und sofort erhältlich. So, jetzt entführe ich sie in die Welt der Literatur. Besser gesagt Eisenbahnliteratur. Auch das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Hobbys, damit wir auch geschichtlich fit sind über die Modelle, die über unsere Anlage fahren. Ich habe deshalb für unsere Buchvorstellung zwei Bände mitgebracht aus dem Eisenbahnkurierverlag mit den Titeln die Baureihe 120. Autor der Bücher ist Karl Gerhard Bau. KGB, wie er in der Eisenbahnszene genannt wurde, veröffentlichte zahlreiche Bücher zu interessanten Lokomotiv- und Triebwagenbaureihen, die im gleichen Verlag erschienenen Bücher aus der Reihe moderne Baureihen deshalb auch sehr große Beachtung fanden. Durch gute persönliche Kontakte zur Bahnindustrie und der sich daraus ergebenden Zusammenarbeit gelang es ihm, für seine anspruchsvollen Werke wichtige Informationen zu bekommen. Denn seine Bücher genießen einen hervorragenden Ruf und gerade auch bei der Schienenfahrzeugindustrie. So, und jetzt von mir eine kurze Inhaltsangabe der Bände 1 und 2. Im Jahre 1971 machten die Firmen Braun, Bovary & Key BBC in Mannheim und Henschel in Kassel mit drei diesel-elektrischen Lokomotiven vom Typ DE 2500 erste Erfahrungen mit der Drehstromantriebstechnik für Schienenfahrzeuge. Diese Entwicklung verlief so erfolgreich, dass diese 1976 zur Bestellung und zum Bau von fünf Vorserienloks der neuen Baureihe 120 führte, die dank der Drehstromtechnik in der Lage sein sollten, als Universal-Triebfahrzeuge jeden Zug im Personenfernverkehr, im Nahverkehr, aber auch im Güterverkehr zu befördern. 1979 wurden die ersten Lokomotiven der Vorsähe ausgeliefert. Die Drehstromantriebstechnik gehört heute zur Standortausrüstung aller elektrischen Schienenfahrzeuge und stellt eine der größten Innovationen der Eisenbandtechnik dar. So, im Band 1 werden Ihnen die Grundlagen der Drehstromtechnik, die Entwicklung, der Bau, die Abhobung sowie die Umbauten der fünf Vorsäenlokomotiven bis hin zur Säenreife ausführlich beschrieben. Und im Band 2 geht es weiter mit der Weiterentwicklung der Baureihe 120 zu den Serienloks, ihre Unterschiede zu den Vorserienloks, ihren Bau sowie ihre Einsatzgeschichte. Beide Bücher sind mit zahlreichen bisher nicht zugänglichen Abbildungen aus den Archiven der Industrie sowie von den damals am Bau an den zahlreichen Probefahrt beteiligten Mitarbeitern illustriert. Der Autor der beiden Bücher, Karl-Gerhard Bau, hat bereits mehrere erfolgreiche Bücher über moderne Eisenbandtechnik geschrieben, die auch in der Fachwelt größte Anerkennung fanden. Und nun ist es ihm gelungen, nahezu alle heute noch lebenden Mitarbeiter der deutschen Bahnindustrie und der Deutschen Bahn die damals am Projekt Baureihe 120 beteiligt waren, zur Mitarbeit an diesen Büchern zu gewinnen. Und so wird mit diesem zweibändigen Werk nicht nur ein fundamentales Porträt einer epochalen Lokomotivbaureihe vorliegen, sondern auch die herausragende Leistung ihrer Schöpfer gewürdigt. Tja, und nun möchte ich noch ein kleines, etwas trauriges, persönliches Nachwort zum Buchautor Ihnen mitteilen, liebe Freunde, denn im Juni 2020 verstarb plötzlich und unerwartet der langjährige Freud und Autor des Eisenbahnkurierverlages, Dr. Karl-Gerhard Bauer. Aber mit seinen wundervollen Büchern zur Eisenbahn hat er die Herzen der Eisenbahnfreunde erobert und Sie werden ihn auch in Ehren gedenken. So, und jetzt, liebe Freunde, entführe ich Sie in die wundervolle Modellbahnwelt von Reinhard Gorn. Er und seine Frau Petra waren die Hauptakteure zum Film immer an der Wand lang. Jetzt gibt es neue Bauaktivitäten auf der Anlage. Tja, was er da wohl vorhat, aber ich glaube, das erzählt er uns lieber selbst. Meine Anlage gliedert sich ja in zwei Bereiche. Einmal hier in dieser ehemaligen Doppelgarage, die wir auf 60 Quadratmeter vergrößert haben, entsteht eine große Anlage, wo ich wahrscheinlich noch sehr viel zu tun haben werde, noch viele, viele Jahre brauchen werde. Und eine Ringstrecke, die durch sieben Räume des Hauses führt. Die Ringstrecke ist mehr oder weniger fertig. Man kann hier und da vielleicht die Details noch ein bisschen verbessern. Im Moment bin ich hier beschäftigt in dem großen 60 Quadratmeter Raum, wo zum Teil schon etwas entstanden ist. Es gibt kleine Teilbereiche, die schon ganz ordentlich aussehen. Und aber noch Bereiche, wo ich also erst angefangen habe. Im Moment bin ich damit beschäftigt, eine sogenannte Altstadt zu bauen, die ich außerhalb der Anlage auf einem Grundbrett fertigstellen werde. Und dann kommt sie erst in die Anlage rein. Das wird hier die Kneipe. Und wie das bei mir so oft ist, also ich kaufe gerne auch auf Flohmärkten. Da gibt es auch Sachen, nicht nur was man Geld spart, auch Sachen zu kaufen, die gar nicht mehr angeboten werden. Das war für ganz wenig Geld. Einen Plastikbausatz habe ich ein bisschen verändert. Ich habe zum Beispiel aus Gips gegossene Schornsteine da drauf gesetzt. Der Anbau hier hinten, den habe ich selbst aus Gips gebaut. Auch das Dach ist ein Beispiel zum Beispiel hier für Dächer. Ich mag ja diese glänzenden Plastikdächer nicht so gerne. Und wenn das wie Dachpappe aussehen soll, ist eigentlich das Einfachste und Billigste, dass man sich aus dem Baumarkt Sandpapier kauft. Wirklich fein ist. Das kostet wirklich nur ein paar Cent. Sieht tausendmal echter aus als ein glänzendes Plastikdach. Dann habe ich mir hier, das ist ein gekaufter Bausatz für diese kleine Bierbude in dem Biergarten, der sich dahinter befindet. Hier hinter befindet der sich, der Biergarten. Und dazu habe ich mir auch eine Beleuchtung gebaut hier. Kleine Lampen. Es gibt irgendwie gar nichts Richtiges zu kaufen in dieser Art, was mir hier gefällt. Das ist alles, das sind kleine LEDs, die ich mir gekauft habe hier. Die kosten ja bloß ein paar Cent. Und das ist am Grunde genommen selber gebaut. Das muss natürlich noch angepinselt werden. Und erstmal muss ja dieser Biergarten auch gestaltet werden. Hier kommen noch Tische hin und Bänke und so weiter. Natürlich Leute, die sich da den Biergenuss hingeben. Und natürlich ein bisschen Vegetation und so weiter. Das wird noch gestaltet. Vielleicht kann man das vor Weihnachten schon zeigen. Ich sage jetzt keine Jahreszahl. Aber ich bin am Arbeiten. Und man muss natürlich zwischendurch auch ein Bier trinken, um zu wissen, wie ein Biergarten gestaltet werden muss. Man muss ja auch Erfahrung haben. Also ich arbeite da dran. Dann die Straßen sieht man. Das sind aus Gips gegossene Teile hier. In der Mitte ein Gleis für die Straßenbahn. Die wird dann hier hinten, ganz hinten links, durch ein Stadttor fahren. Durch die große weiße Trennwand meiner Anlage. Und das heißt natürlich, dass ich dann demnächst mal auf der Rückseite der großen weißen Trennwand dann die Eistadt fortsetzen muss. Also da ist noch Arbeit genug. Laternen sind auch schon vorbereitet hier. Die müssten dann hier irgendwo eingesetzt werden natürlich noch. Das ist schon ein Teil für die Oberleitungsanlage, für die Straßenbahn hier. Das muss ich dann auch noch selbst bauen. Und die Häuser noch ein bisschen altern. Aber auf jeden Fall ist noch Arbeit genug. Langeweile ist nicht in Sicht. Bisher hatte ich immer angenommen, also bei dem Genauigkeitswahn, den ich mir so habe, ich bin etwas detailverliebt, dass ich so circa 125 Jahre brauchen werde, um damit jemals fertig zu werden. So wie ich das jetzt sehe, würde ich mal schätzen 150, wenn das mal reicht. Also im Moment baue ich an der Altstadt und da habe ich zum Teil mir Bausätze gekauft aus Karton. Ich habe gebrauchte Plastikhäuser gekauft. Ich habe Häuser selber aus Gips gebaut. Und was mir immer große Freude macht, ist, diese Bausätze zu verändern. Ich habe zum Teil auf dem Flohmarkt irgendwie ältere Bausätze oder was gekauft und umgeändert, zersägt, verändert, angebaut, umgebaut. Und was mir immer sehr wichtig ist, es muss unbedingt auch etwas geeiltert werden. Also was ich überhaupt nicht vertragen kann, sind glänzende Plastikhäuschen, die so aussehen. Also als wären sie aus der Schachtwelt genommen hingestellt und das ist es dann. Also das gibt es ja nicht in der Wirklichkeit. Das ist ja völliger Unsinn. Ich habe zum Beispiel Altstadthäuser hier gebaut, die dann in diese Altstadt hineinkommen. Und ein Thema ist zum Beispiel das hier, die Innenseite der Getränkehandlung. Die ist so einigermaßen fertig inzwischen. Hier gibt es aber nicht nur Bier und Limonade, sondern, wenn man genau hinschaut, gibt es hier auch Champagnerflaschen. Die haben mir erlaubt, die dreifarbig anzupinseln. Das dauert dann schon mal eine Weile, macht aber Appetit. Also ich muss dann auch ein Gläschen trinken anschließend, zur Beruhigung. Also es macht schon ziemlich viel Arbeit. Man muss doch einiges selber bauen, die Regale selber bauen, alles noch anpinseln. Aber es geht ja weiter, es ist ja schon ein bisschen was zu sehen. Ebenso in dieser Zeitschriftenhandlung hier, wo ich dann eben hier diese Zeitschriften hier und Bücher und so weiter hier selbst hergestellt habe, die sich hier in diesem Regal befinden. Aber die Überschriften kann man nicht lesen. Also so feinmotorisch bin ich dann doch nicht begnadet, dass ich die noch beschriftet hätte. Also es wäre da wie eine Andeutung und das muss dann eben reichen. Der Rest ist Fantasie. Okay. Wir sind und bleiben gespannt, wie es weitergeht. Und über die weiteren Arbeitsabschnitte halte ich sie natürlich auch auf dem Laufenden. So. Jetzt zu guter Letzt die Zuschauerpost. Und ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ihre Erwartungen sind groß und die wollen wir natürlich auch nicht enttäuschen. Wie bereits in der Pilotsendung angekündigt, ist Franks Modellbahnwelt für alle da. Und unter alle meine ich auch alle Nenngrößen. Damit ist auch die Frage schon von Andy Bernhardt beantwortet. Und klar kommt auch Spur Z zu Wort. Und ja, lieber Olaf Mayer aus Freiberg, Spur N wird auch dabei sein. So könnte ich es jetzt weiter fortsetzen. Sie sehen also, wir lesen aufmerksam mit. An Themenvorschlägen mangelt es jedenfalls nicht. Und wir freuen uns auch drauf. Jetzt möchte ich nochmal ein Diskussionsthema in den Raum stellen. Ich gebe zu, auch ein bisschen provokant. In einem Modellbahnforum wurde heftigst gestritten. Es ging um folgende Aussage. Ein Händler hat für Rocco Fleischmann Artikel einen Nachlass zur UVP von 4% angegeben. Das hat zum Teil für heftige Reaktionen geführt. Und auch die Aussage des Modellbahners, ich zitiere, unter 15% bei Rocco wird bei mir jedenfalls nichts mehr gekauft. Da ist genug Spielraum für jeden Händler vorhanden. Wer verkaufen will, muss eben gute Angebote machen und Service bieten. Also ehrlich, mir hat es ein bisschen die Sprache verschlagen. Was meinen Sie dazu? Ich möchte mit Ihnen gerne darüber reden. In der nächsten Sendung Ende März. Da kommt auch ein Händler zu Wort, den ich mit dieser Aussage konfrontieren werde. Also bleiben Sie gespannt und lassen Sie vor allen Dingen mich Ihrer Meinung dazu wissen. Hier ist meine Kontaktmail. So, das war sie nun. Die erste Ausgabe von Franks Modellbahnwelt. Die nächste Folge kommt Ende März zu Ihnen nach Hause. Ja, und bis dahin verbleibe ich mit besten Grüßen aus Berlin. Ihr Frank Wuttig. Wir sehen uns. Ja, viel weiter. 不行 Untertitelung des ZDF, 2020